Oh, oh, es geht gleich los. Bist du bereit? Bereit. Popcorn? Hab ich. Lottos? Gerne. Limo mit Lakritz-Drohalm? Hier, bitte. Vielleicht ist es Zeit, einen neuen Film zu drehen. Gute Idee, Scoop. Aber zuerst brauchen wir einen Trailer. Oh, oh, kannst du vielleicht den Trailer-Sprecher machen? Oh, lass es mich versuchen. In einer Welt zerstört vom Bösen entdecke die unglaubliche Entstehungsgeschichte des größten Helden-Teams in der Geschichte der Rätsel. Hey, gar nicht mal schlecht. Echt krass. Ah! Hey! Dieser Verlaufs der Streuner kommt mit mir. Er ist kein Streuner. Ach, ehrlich, wie heißt der denn? Sein Name ist... Äh... Scooby! Zweiter Name? Doobie? Nachname? Du! Hahaha! You said that we would always be Without you, I feel lost at sea I love you To the darkness Ich würde es nie abnehmen. Like the wind would be wild and free Äh, besser du machst das nicht nochmal. Ich bin Fred, das ist Wilma. Hi! Und das ist Daphne. Hey! Ich bin Shaggy. Und das ist Scooby-Doo. Freut mich. Tschüss und das auch! Ich bin Shaggy! Ah! Hey! Hey! Woah! 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 Shaggy und Scooby wurden entführt? Mhm! Ist dir eigentlich klar, wo wir sind? Nö? Sieh dich um, Mann! Diese sterile, moderne Ästhetik, die coole blaue Farbpalette? Wir sind im... Ikea! Ja! Falken Fury! Hast du Ikea gesagt? Nein, ich hab Falken Fury gesagt. Genau wie du. Vielleicht kann uns das hier zu Scooby und Shaggy führen. Winzige Spuren von Wartwuchs. Ultra starkes Haarwuchsmittel. Ach, ist der Bösewicht mein Dad. Hohohohohohohoho!